Schön, dass du da bist. Ich bin Cora, willkommen zu einer neuen geführten Meditation mit mir. Gib dir selbst die Erlaubnis, dir die nächsten Minuten nur für dich zu nehmen. Suche dir einen ruhigen Ort, an dem du ungestört bist und nutze am besten Kopfhörer. Deine Weiblichkeit verbindet dich mit deiner Kreativität, der Kraft zu kreieren, aus der Nicht-Materie Materie zu manifestieren. Deine Weiblichkeit wird auch dein Yin genannt, deine Weichheit, dein Loslassen, dein Treibenlassen. Dein Zulassen und dein Ankommen. In dieser Meditation helfe ich dir, die Kraft deiner Weiblichkeit zu entfesseln, damit deine Seele in einzigartiger Schönheit funkeln kann, losgelöst von ihren Grenzen. Komm in einen für dich bequemen Sitz. Nimm dir einen Moment Zeit, um ganz anzukommen. Lass meine Stimme deinen Anker sein und wenn deine Aufmerksamkeit abschweift, komm zu diesem Anker zurück. Lass deinen Atem erstmal ganz natürlich fließen, ganz ungezwungen. Lass ihn einfach sein, ohne ihn zu beeinflussen. Und nimm alles um dich herum wahr, wie es jetzt gerade ist. Spür, wo deine Beine in den Boden pressen und deine Sitzbeinhacker. Und spür deine Hüften. Spür deinen Bauch. Ist dein Bauch weich oder bist du angespannt? Und wenn du angespannt bist, lass bewusst alles los. Und spür deine Wirbelsäule und deinen Brustkorb. Und wie mit jedem Einatmen deine Rücken ein Stück auseinandergezogen werden. Und sich deine Wirbelsäule ein bisschen weiter aufrichtet. Spür deine Schultern, deine Arme und deine Hände. Und seinen Hals, deinen Nacken und deinen Kopf. Und beginne langsam mit deinem Atem etwas tiefer zu werden. Und fülle deine Lunge beim Einatmen vollständig. Und lass beim Ausatmen alle Luft entweichen. Komm hier in dein Sein. Trete heraus aus dem Tun. Jetzt musst du nichts tun. Du musst einfach nur sein. Spüre, wie mit jedem Atemzug sein Körper neue Energie aufnimmt. Nimm alles an deinem Atem wahr. Wie sich deine Bauchdecke hebt und senkt. Wie sich die Luft anfühlt an der Innenseite deiner Nasenlöcher. Wie sie durch deine Luftröhre nach unten wandert. Und mit jedem Atemzug lässt du etwas mehr Verantwortung los. und sinkst ein bisschen tiefer. Spüre den Raum, den du in dir geschaffen hast. Und während du hier sitzt und atmest und einfach nur bist. Stell dir vor, wie sich ein heilendes, weißes Licht über dir ausbreitet. Und langsam von oben über deinen Kopf kommt und deinen Kopf umschließt. Lass dieses Licht weiterziehen zu deinen Schultern. Und lass mit jedem Ausatmen etwas mehr los. Alles von der Last, die du trägst, fällt von dir ab. Lass deine Schultern ganz weich werden. Lass dieses Licht weiter wandern. Deine Arme hinunter. Und deine Ellenbogen. Deine Unterarme. Und deine Hände. Lass es deine Finger umschließen. Lass es deiner Brust hinunter wandern. Dein Solarplexus. Bis es an deinem Bauch ankommt. Nimm deinen unteren Bauch wahr. Als Raum. Hier ist der Brunnen der weiblichen Energie. Der Shakti-Energie. Hier sitzt deine intuitive Weisheit. Lass dich hier bewusst ganz weich werden und spüre in diesen Bereich hinein. Wenn du magst, lege auch eine Hand auf deinen Bauch. Öffne dich deiner Shakti-Energie. Lass alles los. Lass alles los. Surrender. Werde verletzlich und lass dein Widerstand, deine Mauern fallen. Hier ist der Brunnen deiner weiblichen Energie. Hier sitzt deine Shakti. Vielleicht spürst du sie. Vielleicht strahlt dein Licht noch heller. Vielleicht pulsiert es leicht. Bleibe ein Moment hier und atme in deiner Essenz. Und spüre, wie sich diese Energie jetzt ausbreitet, um weiterzugehen. Deine Beine hinunter. Deine Knie. Deine Waden. Und deine Füße. Spüre, wie dein ganzer Körper in diesem heilenden, weißen Licht gebadet ist. Und spüre, wie deine weibliche Energie, deine Shakti, aus deinem Bauch heraus aussendet. Und übergeht in alle anderen Körperteile. Öffne dich und werde verletzlich. Lass deinen Widerstand und seine Mauern fallen. Erlaube dem Licht, erlaube der Shakti Energie. Dich zu heilen und seine intuitive, weibliche Wahrheit zu stärken. Deine Seele funkelt in einzigartiger Schönheit. Dein Lächeln ist ein glanzvoller Schatz. Und dann komm langsam mit seiner Aufmerksamkeit wieder in den Raum zurück und atme einmal ganz tief ein. Beginne langsam wieder deinen Körper zu spüren, die Schwere deines Körpers. Und dann bring deine Anflächen zueinander in Sanjali Mudra. Und bedanke dich bei dir selbst für die Zeit, die du dir heute geschenkt hast. Und dann bring deine Daumen zu deinem dritten Auge für klare Gedanken. Deine Daumen zu deinem Mund für wahre Worte. Und deine Daumen zu deinem Herzen für ein reines Herz. Namaste. Schön, dass es dich gibt. Und danke, dass du heute mit mir meditiert hast. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder.